Hallo, guten Tag. Mein Name ist Panagiotta Asimaki aus Griechenland. Ich bin lyrische Sopran Super de Coloratura und auch Musical, Pop, Gospel, Soul Lehrerin. Ich habe Erfahrung schon zwei Jahre in Berlin und Griechenland als Musiklehrerin an Musikschulen und ich wollte bei Ihnen bewerben. Auf diesem Grund präsentiere ich Ihnen mehrere Klasse-Sagen von Opern und Operetten und auch Musical-Lieder von berühmten Musicals auf Deutsch und auch Pop-Balladen. Jetzt spiele ich die Ariete von Enchen von der Operette Der Freischütz von Wemba. Und ich spiele das im Klavier. Musik 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 Das ist dein neues Kompon und der Wörst. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne.